Im fliegenden Wechsel, das grosse Duell, sie ist eröffnet, Championship um Libsync 2018. Es startet Isabella Schmids. Ich liebe unerhört zu Liede und habe nie ein Rendezvous. Ich gehe höchstens mit den Eltern, ein Stück spazieren ab und zu. Mein Vater sagt, so muss das bleiben und dafür schenkt er mir Konfett. Doch neulich platzte mir der Tragen, wenn mir Konfett nun mal nicht schmeckt. Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Ich will einen, der mich küssen und um die Finger wickeln kann. Ich will einen, der mich küssen und um die Finger wickeln kann. Und ich habe es gesagt, in den 80ern fühlt sich Laura zu Hause und sie bringt uns jetzt den Nenahit 99 Luftballons. Und ich habe es gesagt, in den 80ern fühlt sich Laura zu Hause. Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Jemand für Ufos aus dem All. Warum schickt Tür ein General? Die Kriegerstoffe hinterher. Alarm zu geben, wenn's so wär. Dabei waren dort am Horizont. 99 Luftballons. ающishloftballons. Mit dem Winnergain Laura und 99 Luftballons. Die Titelauswahl wird jetzt nicht jünger bei Isabella. Super. Jetzt kommt in ihrer Version Monsieur. Oh. Haben wir einen Herr? Ja. Monsieur, Monsieur, ich habe Sie erkannt. Monsieur, Monsieur, Sie sind galant und sehr charmant. Monsieur, Monsieur, doch eines tut mir weh. Ich glaub, Sie sind nicht treu, Monsieur. Ich möcht so gern mit Ihnen glücklich sein. Mein Herr, sagt ja, doch mein Verstand sagt nein. Was soll ich machen, denn ich liebe Sie. Oui, oui, non, non, Cherie. Wir haben einen. Es ist der zweite Song von Laura. Und den kennen Sie auch alle. Kennen Sie Sandra noch? Dann kennen Sie Maria Magdalena. Mit Laura. Immer wieder auf. Dritte Musik Ja, wir können jetzt noch mal auf. Das ist der zweite Song von Laura. Und die heutige Musik von Laura. Wir können auch noch die heutige Musik von Laura. Und die heutige Musik von Laura. Ja, wir können jetzt die heutige Musik von Laura. You're a victim of life You need love Promise me delight You need love Applaus Danke! Das ist der Frauen-Halbfinale! Das ist der erste Battle zwischen euch beiden. Hatte Spass gemacht? Ich habe gesagt, ihr werdet schon vom Publikum getragen. Ja, super. Jetzt, in ein paar wenigen Augenblick, werden wir wissen, wer das Finale schafft. Leider nur Platz für jemanden dort. Und ihr im Saal gebt die Stimme ab. Wer findet Isabella Schmid? Sie hat ja ganz tolle Songs ausgewählt und hat sie so toll performt, bis es sich vor 60 Jahren nie hätte vorstellen können. Der gibt jetzt den Lärm für Isabella. Das ist gut. Das hast du gesehen. Das ist gut. Mamamol. Mamamol, ganz stark. Aber Achtung! Gut, danke schön. Danke schön. Jetzt bitte eure Stimme für die Laura zurbrücken! Das ist auch ein Film. Aber an diesen Uraltschlager führt offenbar kein Weg vorbei. Im Finale ist Isabella Schmid. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön.